Erich, dein viertes Paar Turning Schuh. Bist du zufrieden? Sehr zufrieden. Und was macht er mit dir? Reduziert er die Belastung im Knie, Sprunggelenk? Sprunggelenk und Knie und Hüfte. Seitdem alles viel besser. Und hast du irgendwelche Beschwerden seit du den Schuh annehmen? Ja, keine Beschwerden. Absolut schmerzfrei. Ich habe vorher Tennis gespielt, aber ich habe Schmerzen bekommen in der Hüfte und im Knie. Und seitdem ich jetzt Gold spiele mit diesen 3 Relais Schuhen, ist es wie weggeblasen. Ganz herzlichen Dank.